wunderschönen guten morgen freunde ich zeige euch mal namys spezialplatz also hier ist ja mein schreibtisch und unter mein schreibtisch ist ihr bett und da ist die namika guten morgen obwohl sie hier draußen noch im bett hat und hier bei uns im schlafzimmer 1 liegt sie trotzdem ganz gerne hier unten ist wie so eine kleine höhle und beachtet bitte nicht mein kabelmanagement